Das Schaf verfolgt mich nicht. Auf die Gema setz ich einen großen Braun, Alter. Einen großen Braun, Alter. Keks. Einen großen Braunen Keks. Oh, Kalle. Kalle will sich gleich immer mit der Gema so anfreunden. Wir wollen doch nicht die gute Gema beleidigen. Ihr seid voll die besten. Like und so ein Zeug. Like, Favo, Abo. Die Gema abonnieren. Ja, lass mal die Gema abonnieren. Lass mal nicht machen. Haben die einen Youtube-Channel? Ich erwarte alles. Gema hate forever. Der offizielle Gema... Gema Gema Heim. You're drunk. Go home. You're drunk. Go ho Gema, you're drunk. Go ho? Ho ho. Wir haben alle Scheiße rumstehen, aber keine Axt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Äh, Alex? Was? Hast du Obsidian? Ne. Nein. Ich werd mir wahrscheinlich aber hier oben ein Portal gießen. Und jetzt? Heißt, ich brauch Lava. Und jetzt? Lava. Ich kann dir Eimer geben, wenn du willst. Ich hab noch 12 Stück oder so. Lava. Lava Eimer. Ah, aber meine sind cooler. Nein. Schade. Nico, wolltest du nicht mal zu uns kommen? Ja, ich mach grad noch den Stuff mit den Schafen. Aber Kalle, wenn du deine rosa Schafe willst, musst du schon mit rüberkommen, ne? Nö. Kannst du vergessen. Ich helf dir halt damit, ne? Dafür bezahle ich kein Dia. Bitch. Ja, das seh ich jetzt auch ein, dass du mich so nennst. Aber trotzdem bezahle ich dafür kein Dia. Das sieht schon voll schön aus, so bei uns. Das stimmt. Ohne rosa Schafe, glaub ich denn. Unsere beiden Häuser sind einfach nur übelst massiv, ne? Na, Can ist ja nie da. Wenn man mal von dir drüben guckt, weil wir immer Sand abbauen, das sieht schon echt voll nice aus. Also, ich find... Muss da mal herkommen. Ich find ja, dass ohne rosa Schafe kann sich geil aussehen. Na, Can ist ja eben mongoy. Can hat auch das Mongo-Haus von uns. Nur schon, dass ich die rosa Schafe beschafft hab, also nur, dass ich hier schon irgendwie in die Welt gerufen hab, müsst ihr mir alle eigentlich 10 Diamanten geben. Lass dann mal ein Schatzhaus kacken. Ja. Bin dabei. Fanny, wir haben einfach wirklich... Wir haben einfach wirklich die Mega-Häuser, ne? Ja. Hast du gerade das N-Wort benutzt? Ja, Mega-Häuser. Klar. Mega-Häuser. Richtig. I'm gonna pimp my ride. Na, 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 na. Schau. I'm gonna pimp, pimp, pimp my ride. Scheiß, Kalle, ey. Stinkt richtig hart. Was nix ist so ein Drecksmucke, ey. Schäm dich, ey. Weil ich ein Slava-Slavakiller-Fern bin. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Okay, offiziell das D-Abo, Leute, D-Abo. Sofort bei ihm D-Abo. Gell, Kalle gleich D-Abonieren. Dis-Abo heißt das. Disst ihn und abonniert ihn nicht mehr. Dis-Abo. Hat doch nie keine gemacht vorher, oder? Doch. 47. Peepils. Bloß 47, haha. Peepils. Und du, Alex. 63. Ui. Profi. Ja, ich bin Boss-like. Niko, willst du da mal kommen? Hat mich auch nur vier Jahre gedauert. Boah, ey, weißt du... Ey, ich bin der zweit... ...meist zweit... ...abonnierte Kanal in diesem Channel. Nicht mal selber irgendwas machen dafür, ne? Du kriegst keinen hoch, Nico? Ja, schon wieder nicht. Wer braucht dazu nen Fluffer? Gibt's doch gar nicht. Doch, Bayron! Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gema. Auch Schäfchen. Von den Gema. Ne... Ne Baumarkt-Werbung. Pfff. Ja, wer kauft denn sowas? What? Äh, deine Mutter. Töten. Die Sounds beim Abbauen sind ganz schön behindert und echt... ...richtig nervig. Weißt du, wer's auch behindert ist? Du. Deine Mutter! Ich geh grad auf Yulan-Level runter. Level... Level under 9000. It's under 9000. It's under 900%. Boah, weißt du, die Verarschte von Julians Blog, Werner. Julians Blog. Julians Internets Tagebuch, wenn schon, denn schon. Internet? Ja. Gut, also, ich bin bereit, ich kann rüberkommen, wenn ihr wollt. Ja. Muss man halt die Position geben, ne? Aber ich wollt aufpassen, ich bin, äh, kampfbereit. Oh, das sieht schön aus hier mit dem, mit dem Plattern. X minus 100. Danke. Und Z minus 115. Übrigens hab ich jetzt mal vor, ähm, was ziemlich cool ist. Komm mal bitte her, Kubi. Ja, ich komm grad wieder zurück. Werkzeuge sind alle im Arsch. Boah, ey. Wer von euch ist dran aufgestanden hat, hat er extra ins Mikrofon gefurzt. Ich. Tut mir leid. Ich hab das in meinem Mund gemacht. Ist viel geiler. Ne, man muss schon aufstehen und voll ins Mikrofon furzen. Ja, warte mal. Äh, komm her. Ich möchte, dass man hier runter taucht. Und man dann hier ins, hier ins, hier ins Nether-Portal rein kann. Hier? So reintauchen. Geht gar nicht, oder? Weil ich muss jetzt mal ein bisschen Quarz farmen. Kannst du das auf dem Boden bauen? Äh, Kalle, ich kann dir Quarz bieten, ne? Was kann ich? Kann man das so auf dem Boden legen? Wie auf dem Boden legen? Weil, dass du reinspringst? Ne, aber, dass man so von der Seite hier reintaucht. So. Boah. I'm gonna pimp my knife. Boah. Wir müssen irgendwann mal auch einen dicken Hafen bauen, einfach. Ja, gell. Richtig einen dicken. Ja. Das stimmt. Dann kriegen wir alle davon einen dicken Harten. Achso, du brauchtest ja Holz, ne? Einen richtigen Joy-Dick. Boah. Hab ich natürlich. Ich glaub Nils redet gar nicht mehr, weil er uns zu feindlich findet. Äh, er ist doch schon nix weg. Er ist weg? Hä? Bist du eigentlich noch irgendwas mit? Die feuchte Brücke, das schlaffe Ende. Boah Leute, er hat voll nicht gepeilt, dass ich den Fehler verarschen wollte. Obwohl er nicht da ist. Bitteschön. Ich hab dir 16 Rohres hingeworfen. Danke. Der war so lustig. Ich schmeiß mich weg. Ich bin schon weggeworfen. Der hat mich, glaub ich, gegen das Mikrofon geworfen. Ja, ich hab's gehört, dass man sich irgendwie... Der war zu faul zu lachen. Haha, ich bin zu faul zum lachen, Alter. Bestes denn. Faulheit bestes. Ey, warte mal, wenn ich jetzt zu... Ach, Ficky, Ficky. Hallo, guck mal, ich wollte eigentlich hier hinten dann das Lager hinbauen. Ficky, Ficky, Ficky. Wo? Ja, genau. Beim Bambus dazwischen. Dann machen wir noch ein bisschen Sand hin. Was, so klein? Äh... Ich wollte... Ähm, so von Schanzhaus, so quasi nach draußen bauen, noch so ein Stück mit zu dir. Damit wir hier vielleicht eine Grünfläche irgendwie hinbauen, oder... Genau, kann man machen. Grünfläche. ...so zu chillen. Da ist Black Isar, ne? Aber Grünfläche hört sich gut an. Dann mach ich hier erstmal noch einen kleinen Sandweg dazwischen, dass das Lager nicht direkt an Schanzhaus ist. Ich will erstmal kurz da reinkommen. So. Uh, nicht kaputt gemacht. Boah, ich hasse es. Ich kann keinen Baum abbauen, ohne dass der hinter mir versperrt... Der wiegt so ein... äh, Holz versperrt wird. Habt ihr den Bagger auch? Du kannst keinen Baum abbauen. Ich kann keinen Baum abbauen. Der war so schlecht gerade, Alter, der war so schlecht. Du kannst keinen Baum abbauen. Ja. Wer kommt da hin? Ach, das ist Kalle. Hä? Wo? Na da. Du hast eine Optifine drin. Ja, ich seh nur Name, ich seh nur Name. Uh, Grundfläche meines Hauses ist gezogen. Es ist ganz schön früh dran. Äh, Haupthaus. Mein Minus fertig. Also mein Haupthaus ist noch gar nicht am... noch nicht mal ansatzweise am gebuildet... gebuildet sein. Dann musst du echt mal zu uns kommen, du. Hm. Ja, ich fang demnächst mal an. Na okay, Can. Ich will erstmal gucken, ob ich Ressourcen farm dafür. Can seinen Forz da musst du gar nicht angucken, aber... Ja, ne. Teil hat echt unseren Forz. Wir haben schon gut was geleistet. Wo... wo ist denn Can seinen Forz? Ach, habt ihr die Farm? Ne. What the fuck, wieso ist da rum ne Hexe? Ich bin noch bei... ich bin bei jetzt ähm... null und ähm... Da ist so ne fette Brücke. Ja, genau. Ja, da bist du schon richtig. Auf so ne kleine Insel musst du. Was Kleines bescheiden ist. Alter, die Augen von den Spinnen... die leuchten mega mäßig. Ja, das stimmt. Mega mäßig? Wieso? Wieso? Die leuchten mega mäßig. Guck ich mir mal euer Höschen an. Höschen? Unser Höschen? Ist das dein Swilling Pool, der abgefackelt ist? Ne. Das ist mein Haus. Ne, das ist mein Haus. Warte ich komm mal, ich führ dich mal ein bisschen. Ja, ich bin grad da einfach hochgelaufen. War die erste Abzweigung, die ich sinnvoll fand. Ja, das ist mein Haus. Hallo. Hallo. WTF? Hier ist mein schönes. Hast du den angeguckt? Nein. Ich hatte nur noch vier Leben, ich hatte noch ein halbes Leben und bleiblich tot. Ja, das ist normal, wenn du ein halbes Leben hast. Nein. Ich mach aber die Tür auf. Nein. Ich hatte aber auch Lust so und so weiter. Hier ist die Blume von Peppy. Die ist heilig. Ja, die ist echt heilig. Die würde ich nicht abschreiben meiner. Dann stirbst du sofort. Mach dich so ein bisschen an. Kack das so ein bisschen drauf. Dann kommt ein Fluch über dich und du stirbst. Ja? Ich tschüss mal kurz drauf. Ich kacke mal drauf. Ja, hier ist Chans Haus. Sieht man ja, das ist eigentlich so gut bin ich fertig. Mit der Dia-Rüstung. Mega geil. Mega geil. Mega hässlich, Alter. Und hier ist Karls Haus, das da letztens abgefackelt ist, aber was eigentlich schon wieder steht. Ja. Sogar mehr als vorher. Auch mega hässlich, ne? Was ist denn auf dem Dach? Hä, was ist denn das hier für ein geiles Holz? Ein Crafting Table. Was für Holz? Meinst du das da oben? Das ist so dunkel. Das ist so dunkel. Das ist, wenn du, das ist nicht dunkel, das ist nur unlichtbar. Das ist, wenn du dir, wenn du es unten drunter machst, dann ist es nicht ausgeleuchtet. Achso. Auf dem Dach ist gar nichts. Achso, okay. Äh, lol. Du brauchst ein schönes Dach, falls du da jetzt hochguckt. Ja, da hab ich eben hochgeguckt halt. Ja, dann haben wir noch ne automatische Form am Festland, die Cian gebaut hat. Wenigsten was. Sieht man auch von hier. Wenn du über die Brücke gehst, kommst du da auch hin. Ja, um. wir bauen eben nur ja ich war ich war schon ziemlich oft fahren ja ich noch nie daher kommen ja auch die 15 die aus mittlerweile ja jetzt würde peppy sagen bloß ja ich habe eine komplette diamanten ist ja was machst du ja warum baust dir was ab ja dann gehst du an das der boss ist nicht bei uns weg warum ist eigentlich unsere verbindung von gras weg du mann auch hier grün zeug ja guck mal hier der bislang spendet uns doch grünes gras ja aber das musst du trotzdem noch weiter machen ich zeig mal das ist doch gar kein gras hier ernsthaft ist ja cool weil die heidig ist und einfach nur geil es ist ein weg oder naja wir wollen hier grün zeug haben ich habe das weg touch picke gell ich habe keine picke was ja stimmt hol uns mal gras hol uns mal gras mache mal bitte und ich habe die stings weghacken kriegst auch ein arschtritt für ja da mag ich gern ok sind wir uns ja einig mein leben hat keinen sinn mehr alter ich hab dich mit mit der faust gehalten hier sind schon viele gestorgen ja wenn das stimmt dann verbrenne ich alles von euch haben wir hätten uns diesen graveyard mod draufhauen müssen würde ich immer die äh solche schönen grabstände drauf warum habe ich jetzt kommen und dann kann man das machen warum habe ich jetzt ein dirtblock na wolltest du nicht nee ich habe einfach einen dirtblock eingesammelt gerade hast du einen auf den boden geworfen genau und hier gibt es zur form dann automatische form was wir eigentlich mal anmachen können kann man die an und aus machen überhaupt die denn die er auch die von tiberius oder nehmen das ist gott noch zu uns ja erst mal vor mir die tür zu machen aber hier hat irgendwie jemand auch gegrieft die stadt jemand gegrieft ja hart ne ne da hat ihr mal angeschaut angeschaltet nein fehlt ja einmal anmachen kartoffeln und einmal anmachen dann geht es doch alles weg du ja trotzdem hat jemand weg gemacht wir nicht ja angemacht hat irgendjemand hat angemacht die die farm das fließt dann alles hier runter ich war es ja und da unten stimmt was ne tut es nicht sammelst du das dann immer unten ein oder wie na dann runter am besten hier mit der wasserrutsche wasserrutsche achso nee also ich könnte ich könnte eine verbesserung empfehlen du machst unten eine kiste äh ne einen trichter mit einer kiste hin ja ja das ist entstanden dann hast du halt alles hundertprozentig eingesammelt das wäre nämlich nur wichtig wir kennen ihn doch alle na ich kenne nur grob ist ein mango ja ist ein richtiger mango hast du sprachfehler oder sagst du absichtlich mango ich sag absichtlich mango weiße ich kann auch mongo sagen wenn du das meinst ja das ist mir lieber weil dann weiß ich um was geht weil ich mag mangos ja ich auch lecker ich mag dich wir müssen eigentlich mal so eine special folge machen die im zeichen des gays steht also also